Musik Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir zu euch und einem kleinen Infovideo. Und es geht um zwei Themen. Einmal haben wir einen neuen Teamspeak-Server, bzw. einen neuen Teamspeak-Server IP. Und das zweite Thema wäre TAPA-Talk. Und erstmal zu dem Teamspeak-Server, das ist ein bisschen wichtiger. Der alte Server war anscheinend ein bisschen Mist. Und unsere gute Schuhmade wieder hat sich dann dazu bereit erklärt, selber einen Server zu hosten. Und deswegen haben wir jetzt selber einen 200-Slot-Server. Und die IP dazu findet ihr hier in unserem FAQ. Und da gibt es einen Community Teamspeak-Server, jo. Und das ist der Server. Kein Port. Ich habe mich auch erst gewundert, aber nein, es gibt keinen Port dafür. Auf jeden Fall, hier ist die neue IP. Danach bekommt ihr wieder Channel-Rechte. Wenn da Leute eben auf dem Teamspeak sind, einfach anschreiben. Dann klappt das alles wunderbar. Und das wäre es auch eigentlich schon damit gewesen. Das zweite Thema wäre eben dann dieses sogenannte TAPA-Talk. So heißt diese App für Smartphone-User. Und mit dieser App, ich glaube, die ist aber kostenpflichtig. Mit der kann man Foren im Internet besser lesen. Ich habe sie selber nicht. Aber es wurde halt gefragt, ob ich das hier nicht einrichten könnte. Und vielleicht hat es ja auch einer von euch hier auf YouTube. Und auf jeden Fall ist das jetzt auch vorhanden. Also falls ihr TAPA-Talk nutzt, unser Forum ist dort jetzt eben auch vertreten. Ja, das war es eben jetzt auch schon mit diesem kleinen Werbevideo. Und ich verabschiede mich auch schon wieder. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.